Der Macher von Braindead und Herr der Ringe bringt Nervenkitzel gepaart mit tiefschwarzem Humor. Die außerirdischen Halbwesen sind auf der Jagd nach Menschenfleisch. Wir haben Ärger, Frank. Mega geil. Gut, wir sind unterwegs. Da hilft nur noch eine Spezialanheit. Der Astro-Untersuchungs- und Verteidigungsdienst. Du stehst morgen auf unserem Speisertal. Und was ist, wenn wir entdeckt werden, Frank? Frank, lauf! Meine Fresse, das sind ja wirklich Stundläufel. Das ist das Ende dieser besten Taschenrambos. Was ist los, Ossi? Ihr geht weiter. Ich versuche, die Kerle aufzuhalten. Nichts, Sir. Um Gottes Willen, Ossi, nimm das Ding um. Wir sind jetzt reingehend und den Anführer vernichten. Ja! Ja! Derrick! Mach die Dreckserwelle! Bad Taste. Ein Splatstick-Film der neuen Generation. Aufschética! Im disparis 미�軒. Ersterweils! Ersterweils!